Hi Leute, hier schaut MoFanWia, mein Name ist MoTensen und die Bombe ist geplatzt, Beatsheber hat ein Datum bekommen, ja, finally. Tausendmal habt ihr mich gefragt im letzten halben Jahr, wann kommt das raus und die Antwort ist... 20. November. So, da steht es, und zwar Offizier von Sony, ich habe es auf der EGX ja schon antesten dürfen, vielleicht verlinke ich meinen Beitrag hier nochmal, also das Ding ist technisch auf der Playstation fantastisch, es ist ein irre gutes Spiel, zu Recht warten da schon alle drauf und jetzt ist es soweit, 20. November, also freut euch, das war es ganz kurz. Von MoFanWia, MoTensen, schreibt mir mal bitte in die Kommentare, wie sehr ihr euch darauf freut. Bis dann, bye bye.